Jeder von uns hat einen Engel. Einen Beschützer, der über uns wacht. Wir wissen nicht, welche Gestalt sie annehmen. Heute ist es ein alter Mann. Morgen. Ein kleines Mädchen. Aber lasst euch nicht durch ihre Erscheinung täuschen. Sie können gehen. Sie können gewaltig sein wie ein wütender Drache. Doch sie sind nicht hier, um an unserer Stelle zu kämpfen. Sie flüstern uns nur zu. Erinnern uns daran, dass es an uns liegt. Dass jeder von uns die Macht über die Welt besitzt, die wir erschaffen. Wir können leugnen, dass es unsere Engel gibt. Uns einreden, sie wären nicht real. Aber sie zeigen sich trotzdem. An den seltsamsten Orten. Und in den seltsamsten Momenten. Sie können durch jeden Menschen sprechen, den wir uns vorstellen können. Sie schreien durch Dämonen, wenn es sein muss. Wir fordern uns heraus, damit wir es wagen zu kämpfen. Und hier ist es noch ein.